Frohe Weihnachten! Wir gehen jetzt zu Gabi. Die Feier müsste schon angefangen haben. Wir hatten uns doch überlegt, irgendwie spontan zu Hause zu bleiben und doch zu Hause im ganz kleinen Rahmen Weihnachtsfeier zu haben. Die Familie nur, Benni, Liam und ich. Ich und Liam, wir fühlen uns immer noch nicht so gut. Vielleicht haben ein paar von euch schon mitbekommen. Wir sind nämlich ein bisschen krank. Aber ich glaube, jetzt geht es uns doch ganz gut. Und das Wetter hält sich gerade auf. Heute hat es nämlich geregnet ohne Ende. Es ist Rainy Season hier in Bali. Und ja, jetzt haben wir uns doch spontan dazu entschieden, weil ich auch einen riesen, riesen Reissalat gemacht habe. Wir könnten den niemals alleine zusammen essen. Und ja, wäre auch irgendwie schön, die anderen alle zu sehen an Weihnachten. Dann werden wir schön feiern. Und dann fahren wir hoffentlich auch relativ früh nach Hause. Und dann versuchen wir noch diesen Vlog hier zu schneiden. Nämlich den Weihnachtsvlog. Ihr wolltet alle wissen, wie wir Weihnachten feiern. Versuchen den zu schneiden und heute noch online zu stellen. Also wäre cool. Ich weiß noch nicht, wie wir es schaffen. Aber ansonsten werdet ihr den dann notfalls am 25. sehen. Ja. Wir nehmen euch mit. Wir gehen jetzt noch ganz schnell Geschenke einkaufen. Wir sind überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Überhaupt nicht im Weihnachtsfeeling. Vorhin wurde ich mal ganz kurz echt ein bisschen sentimental. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich bin mehr in mich gekehrt. Aber so dieses Schnickschnack so mit Geschenken und bla bla bla. Also so dieses, ich sage mal das kommerzielle Weihnachtsgefühl kam gar nicht bei mir auf. Aber ich meine, wir sind auch in Asien und es ist halt ja kein Schnee, kein Winter, nichts. Rainy Season. Und außerdem, ich muss ganz ehrlich sagen, mit den ganzen Geschenken. Ich finde das wirklich schön. Ich liebe Geschenke. Also wenn ihr Geschenke für mich habt, immer her damit. Ich freue mich riesig darüber. Aber für mich muss es nicht dafür einen speziellen Tag geben. Also das merke ich immer mehr. Ich möchte, dass es einfach aus Herzen kommt. Und das kann an jedem Tag sein. Und für uns, wir wollen unser Leben so leben, dass jeden Tag für uns Weihnachten ist. Dass wir jeden Tag in Liebe mit uns sind. Dass wir jeden Tag unsere Träume leben und, wie soll ich sagen, dankbar für alles sind. Dass wir uns besinnen darauf. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, dass wir uns einfach besinnen. Wir wollen jeden Tag Weihnachten leben. Ja, jeden Tag einfach mit Liebe und immer an Weihnachten denken. Nein, so meine ich das nicht. Ich meinte einfach nur so diese, wie soll ich sagen, diese Quintessenz, ne? Nein, nicht Spaß. Ach, du auch froh Weihnachten? Man muss ja nicht nur an Weihnachten leben. Der Flo hat hier eine Rotznase. Du bist ein bisschen krank. Sag mal gute Worte an alle Fans, was ich euch mal sagen wollte. Oh nein. Okay, so? Mhm. Du bist so lieb. Putz nicht mal die Naht. Liam ist so ein Engel und Liam ist so froh, dass er unsere Eltern hat. Das hat er uns gesagt. Er hat sich uns ausgesucht. Hallo? Ich finde, wir sind die besten Eltern dieser Welt. Egal, was Leute bei RTL 2 oder sonst irgendwo pipapo da draußen sagen. Hauptsache wir mögen uns. Und ihr. Nee, also. Ja. Man muss das Leben ein bisschen mit Humor sehen und auch diese ganzen schönen Hate-Kommentare. Habt ihr vielleicht das vorherige Video von Benni schon gesehen. Ähm. Das ist unfassbar, was da, also was, was da Leute sich erlauben. Wirklich. Muss man echt denken, ey, Leute. Da kann ich sagen, habt ihr nichts besseres zu tun? Eure Kinder tun mir leid. Eure Kinder tun mir leid, dass ihr einfach so hasserfüllt seid. Menschen, Skinners. Aber ja. An Weihnachten! An Weihnachten! An Weihnachten! Hallo! Das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, der guten Gedanken, der Herzlichkeit. Ähm. Oder was auch immer Weihnachten für euch steht. Einfach alles Positive und ähm. Dann wachen wir morgens auf und kriegen solche Mails. Echt. Ich hab sie Gott sei Dank nicht gesehen. Ich hab sie Gott sei Gott sei Dank nicht gesehen. Ich hab nur zwei vorgelesen bekommen von Benni. Ich bin aggressiv geworden. Hoch aggressiv geworden. Und bei mir, ich sag nur, don't mess with Sandi and Benni. Da kann das mal ganz schnell schief gehen. Sonst gibt's auf die Fresse, ne? Sonst gibt's auf die Fresse. Gelirr. 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 Der ist... Ja. Ne. Also im Endeffekt kann ich nur sagen, arme, arme Leute. Tut mir leid für euch. Natürlich hat's mich trotzdem auch wütend gemacht. Und das musste auch raus. Und das ist auch raus. Und ja. Jetzt müssen wir... Müssen nicht, aber jetzt geht's wieder gut. Und jetzt gehen wir wieder weiter und zeigen euch unser schönen Alltag an Weihnachten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Vlog. Und sorry für dieses viele Gelaber. So. Geschenke wurden grad gekauft. Es gibt zwei Spa-Massage-Gutscheine. Wir machen nämlich ein Wichteln gleich bei Gabi zu Hause. Liam schläft schon hier in der Trage, sobald wir im Roller sind. So gut. Hilft Wunder. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr ein Kind habt, auch bei Autos. Wie schnell die Einschlafen, die Schätze. Er hat den ganzen Tag nicht geschlafen, obwohl er krank war. Und ich bin jetzt halb, wo das versteht. Hallo. Hallo. Wir müssen jetzt hier nochmal kurz tanken. Irgendwie ist unser Tank leer. Vielleicht hier an dem Tank sind wir drauf. Also hier gibt's dann immer so an den Seitengassen so Benzin an jeder Stelle. Ja. Ja, also von uns gibt's dann zwei Spa-Gutscheine. Von anscheinend einer guten Masseusin. Wir waren selber noch nicht. Da müssen das unbedingt mal austesten. Wir nutzen das viel zu wenig. Das ist mega, mega günstig. Du kannst hier für 30 Minuten für 100.000 Rupiah eine richtig gute Massage bekommen. Und 100.000 Rupiah sind gerade mal 6 Euro oder sowas. Aber du kannst auch für 100.000 sogar eine Stunde kriegen. Also je nachdem wo. Also richtig, richtig Hammer. Jetzt müssen wir gleich noch ein Geschenk für einen kleinen Mops finden. Und wir holen dann so eine Baby-Ei-Rassel. So ein Musikinstrument. Und das kann man dann im Exchange dann nachher wie so beim Wicheln. Alle wie Geschenke. Und ja. Dann hat jeder was davon. Hier ist so ein schöner Musikladen. Ich werde jetzt gleich die Kamera ausmachen, weil ich gleich handeln werde. Und mit Kamera. Wirklich wie ein Puri. Und deswegen mache ich die gleich auch. Aber da will ich jetzt einkaufen. Also ich habe ganz gut hinbekommen. Das habe ich jetzt schon eingepackt. Das war ihre kleine Rassel. Und ich habe noch was geschenkt bekommen von ihr. Alles zusammen hat gekostet 60.000. 60.000 sind? 4 Euro. 4 Euro. Echt okay. Also normalerweise wenn man als Touri hier hingeht. Versuchen die manchmal 100.000 für eins zu nehmen. Oder 50.000. Also wahrscheinlich habe ich trotzdem mehr bezeichnet. Aber ist ja egal. Das ist voll gut. Super. Um zu finden. Wir sind da. Es geht los. Es wird jetzt wahrscheinlich auf Englisch geswitcht. Weil natürlich da jetzt keine Deutschen sind. Guck mal wie süß. Eine kleine Mütze hängt hier an. Oh, die haben es wach. Guck mal was. Ja, bitte. Und jetzt gehen wir mal gucken, wer uns schon da ist. Oh, ich habe schon ein Baby. Hey. Hi. Hey. Hi. Wieso hast du hier? Ja. Du wirst so cool. Wieso hast du mal? Merry Christmas. Wieso? Wie hast du alle in Sweden? Kujur? Kujur? Juhl Juhl Ich habe keinen Pineapple-Juhs bekommen Das ist richtig lecker Also mit Tipex hat sie das drauf gemalt bekommen Es sieht so schön aus Voll schön Jetzt kann sie sich leider nicht mehr waschen Thank you Möchtest du ein kleines Christmasmus? Ja 2, 3 2 2 3 3 4 6 7 6 Musik Gaby, do you miss Sweden? I mean, for Christmas? Well, yesterday I was thinking about how my mom makes the sweetest, sweetest desserts And how I think they're too sweet, but today I have some And then I found out that she sent me some, so I got to have some Watch, this is a little bit too sweet Okay, that's really the super, super sweet thing She's making it Yeah, but here are some Swedish chocolates inside Oh, good It's dessert time Damn, this is a number of vegan I'm not getting the sweetest of all Happy Christmas, happy new year I'm going to have a happy Christmas Merry Christmas and Happy New Year Happy Christmas and Happy New Year Happy Christmas Happy Christmas Happy Christmas Happy Christmas Happy Christmas Happy New Year Cool, Jim. Auf Wiedersehen. Schöne Weihnachtsdagen und ein neues Jahr. Einmal ein Schöner Mensch. Und Caleb, irisch. Das ist ein schönes, ja? Ja, das ist gut. Hier in Gekko, einfach ein riesiger. Sehr, sehr, sehr groß. Man kann das mal vergleichen. Also hier ist meine Hand. Ich konnte gar nicht so vertrauen. Aber es ist schon richtig krass. Der ist gerade hier alle fliegen. Der ist wahnsinnig groß. Hier, alle machen Fotos. Hier, alle machen Fotos. Das Wort, das in Hebron benutzt wird, um Weihnachten zu beschreiben, ist die Weihnachtszeit. Es heißt Chag, das ist ein Weihnachtszeit. Chag ha-molad. Und das ist die Weihnachtszeit. Das ist die Signifikation. Und das ist es. Israel ist wirklich nicht so vertrauen, wie es zum Beispiel auf der Welt ist. Es ist nur in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Jaffa, die größten Christen-Kristian-Kristian-Kristian-Kristian-Kristian-Kristian-Kristian. So, that's it. Last Christmas, I gave you my heart, but the very first day, I give it away. This year, I give it to you, I give it to someone special. So cute. So cute. Happy Holidays. Thank you. So cute. Hallo meine Süßen. Was ist denn eben passiert? Die haben es einfach richtig. Die Mutter ist ein kranker, leider. Man sieht es richtig in seinen Augen, der hat voll gläserne Augen. Aber er kann hier ein bisschen spielen, das ist ganz gut auch für ihn. Leon, ich liebe dich. Die alle skypen, da drüben wird geskypt, mit Familie. Wie ist das? Wie ist das? Ich habe die Bescheid, oder? Ich habe die Bescheid. 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 Ich muss sie haben. Ich habe die Bescheid. Und wenn sie das whacken haben, their will wissen welches Bescheid sie verbracht haben. Und was ich biste jetzt, ist das, dass ich einen Kirtankonzept anbauen werde. Du bist, jetzt? Ja, ich bin ein Kirtankonzept anbauen. Und es hat angefangen hat, 1 Stunde? So, die Leute wartet für mich. So, jetzt sehen wir alle noch mal, dass ich dann hier ihr Geschenkchen kriege. Nummer? Und dann bringe ich ein Prenz. Oh, er ist gerade für den Lied. Oh, ich habe den Nummer. Oh, ich habe Nummer 15. Okay, wer hat Nummer 1? Me. Du start! Ich will den. Warum den? Sag uns warum du den hast. Cause... Das ist lustig. Awesome. Wir können alle in den Mitteln. Und dann Unleash the Babys. Unleash the dogs. Unleash the Babys. Liam! 1, 2, 3, go! Presents! Go, 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 go. Liam! If a baby touches something, they get... The touch is yours. Take it! I'll see you. Oh, yeah. I got it. Oh, yeah. I got it! That's a good idea. Good choice. Good choice, Liam. Take it, it's yours. Take it, run. Take it, run. Look inside. Send it! Send it! Wait, it's like Colosseum. Oh, shoot. We can give it another one time. Oh, I scared him all. Yay! 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 Does she know what it is? I don't know. She kind of helped choose it. Maybe it's steak. Maybe it's steak. This is like this one's trade. Oh, okay. Can you not tell Ben? This is like... It was awesome. Drum, steaks, you're gonna do nuts. Drum. Oh, he looks so happy. That's horrifying. He said drum. Drum. Yay! Yay! Wow, nice. Wow, nice. Woo! Yay! I think he will look so cute. Look at this. Here you are. I'm going to have a new one. 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 Okay, if you're personally number two, you can pick a gift. I'm going to have a new one. I think number four. Buy that one. Please tell us why you're picking my one. It's so pretty. Oh, okay. Okay, what am I getting? Yay! Yay! What am I getting? Ooh, that looks nice. What's this? Can you get your own one? Was ist das? Das ist schön. Es ist schön. Was ist das? Was ist das? Ich gehe für etwas... Ist das plantet? Es ist ein Weihnachtsmusen. 11. 12. Ja. Das ist gut. Das war die Plastik in der Garbett-Bank. Was ist das? Chicks! Tuttlechicks! Er... Wer ist das? Wir gab es zurück, weil wir eine GIFT haben. Oh mein Gott! Sie sagt, Put die fucking Kassias zurück! Put die fucking Kassias zurück! Also Liam gibt es den Instrumenten. Oh, die Nase läuft. Schatz, wir müssen mal seine Nase putzen. Läufe kotzen. Hast du was dabei? Er hat sich schon das andere Ei geschnappt, was eigentlich jemand anderen gehört von den kleinen Kindern. Nee, das Grüne gehört mir. Das andere gehört der Mika. Hast du es gekauft, das Grüne? Das haben wir ihm geschenkt. Das Grüne Ei haben wir ihm geschenkt von uns. Das haben wir ihm geschenkt, ja. Und das andere haben wir sozusagen mitgebracht für jemand anderen. Voll schön, oder? Ja, schon der Weihnachtsmann heute für Liam. Ich glaube, der Liam fühlt sich auch wie Weihnachten. Er ist voll happy hier mit dem ganzen Spiel. Sie ist hier überall wieder ausgepackt. Es ist wie magisch. Es ist wie mit dem Toplok. Everyone brought the thing that was needed. Wir hatten so much food, so much dessert. Und mit der Präsent, everyone got the little thing that they wanted, or needed, or could enjoy. And I think the kids are the happiest of all. Because they feel all the warmth and energy. We are happy like kids, because we don't know what we are getting. And it's just very sweet. You look beautiful, Gabi. Really, so beautiful. Thank you. I love you. Thank you for having us here. Thank you for making my day and my year very special. I love you. I love you. I love you. Dankeschön Kieler. Erin, purchase an duest! Remediale für dich! Anwesene! W libär! Word! ioxid! Es ist lebend. We prendre den Job. Nur Champ municipal. Anwesene! Wir waren es Cafe, Tein syken. Wer vai sein, Und da verdad. Das Make-A-Exakt nicht. Sino! So, wir sind gerade im Kismet angekommen bei der Gabi, weil jetzt die Feier am Open war mega, mega schön und wir mussten gerade durch den Regen fahren. Ich habe ja gesagt, wir haben rainy season. Wir sind wet. Sorry für dieses laute Musik hier. Ich war schon besser. Wir müssen halt einfach ein bisschen lauter reden. Also guck mal Liam. Wie der pennt. Ich hoffe, es ist okay für ihn, weil es war echt schon nass. Es ist trotzdem nass geworden. Jedenfalls wollte ich nochmal sagen, dass auch an alle Familie und Freunde, dass wir uns da euch, dass wir an euch denken und dass wir euch ganz, ganz, ganz doll lieb haben und euch ganz viel Liebe schicken und dass ihr immer in unserem Herzen seid und wir unendlich froh sind, was wir für ein Leben haben, was wir für eine Familie haben, für eine Community haben und Freunde haben und das tragen wir immer im Herzen. Auch wenn wir nicht immer Kontakt haben mit allen, das funktioniert halt nicht. Ihr habt euer Ding, wir haben unser Ding. Auf jeden Fall schicken wir euch ganz viel Liebe aus Bali und wir hoffen, dass ihr richtig schön feiert zu Hause oder mit Freunden oder mit wem auch immer. Und ganz viel Spaß euch allen und unserer Familie. Wir haben euch auf jeden Fall alle sehr, sehr lieb. Und die Familie ist, glaube ich, ganz traurig, dass wir nicht da sind. Und wir haben euch jedenfalls alle richtig doll im Herzen. Okay, also jedenfalls wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend und ihr seht das Video jetzt höchstwahrscheinlich auf 25. weil wir heute zwei Videos hochladen. Und dann habt ihr auch morgen wieder was zu bringen. Genau. Habt ihr eine wundervolle Weihnachtszeit und seid lieb zueinander. Zur Weihnachten. Tschüss aus Bali. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Oh, jetzt ist es dunkel. So, jetzt wird nicht mehr gefilmt. Jetzt wird es relaxed. Oder vielleicht filme ich noch. Mal gucken. Hi. Hallo, guckst du? Wie ist das? Sie hat eine Knife! Und du? Ich bin auch, er ist vor Ort von meinen Freunden. Okay, wir nehmen uns die Swedish und eine. Oh, oh! One second goes that... His name is Shanti. Shanti? Und where is... Kali? No problem. But I think I still didn't get it. Can you tell it slowly, both of you? Baaad, eee, eee, eee... See, what's wrong with you? No-lick-shona-ditch. Don't listen to his pronunciation. I'm saying it's slightly different. We come from different parts of our... No-lick-shona-ditch, don't listen to it. Look, shona-ditch. Wow, that's like a different language. It is like a different language. What language is it, Johnny? It's Irish! Wow, cool, thank you. Okay, I got you, I got you. Okay, we need it again. So, let's find it. So, you know...